Hi! Gestern haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie man WebAssembly erzeugt, mit welchen Sprachen das möglich ist und wir haben uns dafür verschiedene Optionen angeschaut, unter anderem das WebAssembly Text Format, abgekürzt als WAT. Wir haben gesehen, dass das Ganze mit C und C++ möglich ist, dass man Rust verwenden kann oder dass man zum Beispiel auch Assembly Script verwenden kann. Was uns jetzt noch fehlt, ist eine entsprechende Laufzeitumgebung. Das heißt, wir brauchen ja eine virtuelle Maschine. Darüber hatten wir ja am Montag gesprochen, die WebAssembly ausführen kann. Und die Frage ist, welche gibt es denn da? Und zunächst mal die naheliegendste Laufzeitumgebung, die wir für WebAssembly haben können, ist natürlich der gute alte Webbrowser. Und die Unterstützung ist in den Webbrowsern tatsächlich ziemlich gut. Alle aktuellen Browser unterstützen WebAssembly von Haus aus. Sogar Edge kann das seit Version 16, also das ist ja auch schon eine ältere Version, aber sogar da funktioniert das Ganze. Und mit den Chromium-basierten Builds von Edge funktioniert das Ganze sowieso. Und Safari und Chrome und Firefox, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das funktioniert überall. Das funktioniert sogar auch mobil hervorragend, sowohl auf iOS als auch auf Android. Eigentlich der einzige Browser, wo das Ganze nicht läuft bzw. die einzige Ausnahme, aber die dürfte eigentlich keine Überraschung sein, ist natürlich mal wieder der Internet Explorer 11. Der ist an der Stelle einfach zu alt. Und mit dem ist das eben nicht möglich. Und das wird dort auch nicht mehr kommen. Nun kann man JavaScript ja aber nicht nur im Browser ausführen, sondern auch auf dem Server. Das heißt, es könnte ja durchaus Sinn machen, auch WebAssembly nicht nur im Browser, sondern auch auf dem Server ausführen zu können. Und da kommen einem natürlich sofort Laufzeitumgebungen wie Node.js oder Deno in den Sinn. Die beiden haben wir im Developers Daily Nummer 20 mal verglichen, wo die jeweiligen Stärken und Schwächen liegen. Und die Frage ist, wie sieht es denn da aus? Übrigens das Developers Daily Nummer 20 findet ihr wie immer in der Infocard. Fangen wir mit Deno an. Das strebt ja eine API-Kompatibilität zum Browser an. Das heißt, der Code, den ich schreibe, soll eins zu eins ohne jegliche Anpassung sowohl im Browser als auch in Deno lauffähig sein. Das ist ein Unterschied zu Node.js und genau das wird auch tatsächlich geboten. Das heißt, WebAssembly läuft mit exakt den identischen APIs wie im Browser auch in Deno. Das ist im positiven Sinne eigentlich ziemlich unspektakulär. Es funktioniert halt einfach. Man muss nicht großartig irgendwas dafür machen. Bei Node sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Bei Node ist die Unterstützung für WebAssembly nämlich lediglich experimentell. Und das ist sie schon seit Node 12. Also es sind schon einige Versionen ins Land gegangen und die WebAssembly-Unterstützung ist eben nach wie vor experimentell. Prinzipiell kann man WebAssembly-Code bzw. WebAssembly-Dateien auch laden. Aber man braucht im Moment immer noch ein spezielles CLI-Flag, dass man also sozusagen den WebAssembly-Zugriff oder die WebAssembly-Unterstützung explizit aktivieren muss. Und man merkt dem Ganzen recht schnell den experimentellen Charakter an. Jetzt ist natürlich der Punkt, was noch hinzukommt. Eine Sache ist natürlich WebAssembly-Code überhaupt ausführen zu können. Aber man braucht noch etwas anderes. Und das betrifft Node und Deno gleichermaßen. Nämlich man will natürlich auch noch Zugriff auf das Dateisystem haben, Zugriff aufs Netzwerk und so weiter. Und WebAssembly läuft genauso wie JavaScript zunächst mal in einer Sandbox. Und aus dieser Sandbox heraus sind diese Zugriffe nicht möglich und eigentlich erst mal auch nicht gedacht. Und dafür gibt es eine Erweiterung oder eine Ergänzung zu WebAssembly, nämlich VASI. W-A-S-I. Das ist das WebAssembly System Interface. Und das ist eine Reihe von APIs, die Zugriff im Grunde genommen auf alles Mögliche erlauben. Und damit bekommt man eben eine viel bessere Integration hin. Das Ganze ist sehr viel low-leveliger. Man kommt aus dieser Sandbox raus. Man bewegt sich näher am Betriebssystem und so weiter. Das Ziel ist, POSIX-kompatibel zu sein. Und diese VASI-Unterstützung, die ist in Node ebenfalls experimentell vorhanden. In Deno leider praktisch gar nicht. Insofern hat Deno zwar prinzipiell den besseren WebAssembly-Support an Bord, nützt einem aber halt nur sehr bedingt etwas, weil halt die VASI-Unterstützung komplett fehlt. Bei Node ist beides halt wenigstens experimentell vorhanden. Insofern, das Ganze ist irgendwie eine schöne Idee, braucht aber zumindest in Node und in Deno noch etwas Zeit. Von daher ist man Stand heute im Browser etwas besser bedient, wenn man WebAssembly machen will. Tatsächlich gibt es aber noch eine dritte Option. Man kann WebAssembly nämlich noch in einer anderen Laufzeitumgebung ausführen, was weder der Browser ist, noch Node oder Deno. Es gibt nämlich eigenständige WebAssembly-Runtimes. Da ist zum Beispiel WASMA zu erwähnen. Das ist quasi sowas wie Node oder Deno, aber eben nur für WebAssembly und das enthält VASI-Unterstützung auch schon out of the box. Das ist also quasi eine serverseitige Laufzeitumgebung, die dediziert nur für WebAssembly-Code gedacht ist. Und was da eben auch sehr schön ist, der Code läuft erstmal in der Sandbox, er ist entsprechend sicher, aber ich komme eben über VASI dort heraus. Und was ganz spannend an der ganzen Geschichte ist, dass WASMA eben Standalone lauffähig ist. Also ich kann mit WASMA eben WebAssembly-Code Standalone ausführen. Da wird dann auch wieder, was ich gestern erzählt hatte in Bezug auf Rust, interessant, dass man mit Rust irgendwann in der Zukunft einmal komplette Applikationen nach WebAssembly übersetzen können soll. Oder, und das ist besonders spannend an WASMA, man kann das Ganze auch embedded in verschiedenen anderen Sprachen integrieren und kann sozusagen auf diesem Weg andere Sprachen um WebAssembly-Support erweitern. Und Integration gibt es heute schon für einige Sprachen. Das gibt es für Rust, das gibt es für C, für C++, für JavaScript, für Go, für Python, für PHP und es ist auch noch Unterstützung für zahlreiche weitere Sprachen geplant, unter anderem für Ruby, für C Sharp, für R, für Elixir und so weiter. Also man sieht schon, das ist eine sehr, sehr große Bandbreite. Und was man nochmal betonen muss, ist, dass dieser WebAssembly-Code plattformunabhängig ist. Er ist unabhängig vom Betriebssystem, unabhängig von einer bestimmten Prozessorarchitektur und so weiter. Und da kommt einem vielleicht dieser uralte Java-Slogan, Write once, run anywhere, in den Sinn. Und das wird mit WebAssembly allmählich tatsächlich endlich Wirklichkeit. Java hat das immer versprochen, hat das aber irgendwie nie so hundertprozentig eingehalten. Es hat sich nie so richtig toll angefühlt und das könnte sich mit WebAssembly ändern. Und das gibt eigentlich einen Ausblick und das gibt eine Idee davon, wie groß und wie wichtig und wie relevant WebAssembly einmal werden könnte in der Zukunft und wie diese Zukunft aussehen könnte und wie spannend diese Zukunft werden könnte und wie die aussehen könnte konkret, das gucken wir uns morgen an. Für heute vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, aktiviert die Glocke, damit ihr von YouTube über neue Videos benachrichtigt werdet und dann wünsche ich euch einen schönen Mittwoch. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann bis morgen. Ciao!